Willkommen meine Freunde bei diesem kleinen Infovideo und zwar geht es nämlich nämlich um Brothers. Das musste nämlich leider beendet werden, weil wie vielleicht manche mitbekommen haben, habe ich einen neuen Rechner am letzten Wochenende bekommen und dann alles neu installiert, Steam bla 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 und dann, ja, wollte Steam halt leider meinen Spielstand nicht übernehmen von Brothers und dann denke ich mir, nein, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, das nochmal wieder so lange zu spielen. Von daher beende ich das leider jetzt. Ja, schade, aber ist nun mal so. Und da kommt jetzt dann die Frage an euch, was soll ich denn bitte zocken? Habt ihr vielleicht Ideen? Oder ich kann mal kurz gucken, was ich eigentlich nochmal eben hier so habe. Ich habe zum Beispiel, wenn mir nämlich noch ein bisschen was überlegt natürlich, und zwar habe ich nämlich bei meiner Steam-Wunschliste ein Spiel, das heißt Draw a Stickman Epic und da geht es darum, man zeichnet halt irgendwie eine beliebige Zeichnung, kann auch irgendwie ein Penis sein und dann hüpft der da halt rum und dann muss man verschiedene Rätsel lösen und so. Oder wir spielen Heavy Rain, ja, also das habe ich auch noch. Ist zwar schon ein bisschen älter, aber halt ein super Spiel, sehr viele Gefühle und sowas, also das ist echt super. Vielleicht das, also Heavy Rain kann man nur empfehlen. Vielleicht das oder auch sonst Driver San Francisco für die PS3. Ähm, ja, hat auch eine ganz andere Story, halt Autospiel muss man, aber ich glaube gar nicht mal so lange, weiß ich gar nicht. Äh, Burnout Paradise, hm, ja, was habe ich noch hier so, Walksmith, ja, würde ich gerne machen, das ist sowas wie Guitar Hero nur mit einer echten Gitarre, ähm, die man eben an die PS3 anschließt, aber dann kommt ja wieder die GEMA und muckt mich an. Assassin's Creed 3 auf keinen Fall. Ähm, Assassin's Creed 4 dachte ich, sollte ich eigentlich mal mit meinem PC bekommen, aber da meint Nvidia, nein, Motherfucker, nein, bekommst du nicht. GTA mach ich ja schon, hm, 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 äh, mehr Spiele hab ich um ehrlich zu sein noch gar nicht, also ich muss noch mal ganz kurz gucken, was es noch mal kurz gerade so auf Steam gibt, ja, Desi, blablabla, also ich suche halt irgendwie einen Einzelplayer, einen Singleplayer, den ich mal so alleine machen kann, der würde dann auch halt, ähm, Bowser's natürlich ersetzen würde, immer dann am Samstag und am Sonntag kommen, um 15 Uhr, und dann würde ich mal sagen, äh, falls ihr Ideen habt, irgendwelche geilen, also wirklich so richtig geile Spiele, wo man einfach nur so denkt, boah, geiles Spiel, ja, dann head damit, schreibt es in die Kommentare, und ich suche mir dann ein Spiel aus, und dann würde ich das dann immer zocken, weil im Moment habe ich irgendwie kein gutes Spiel, äh, ja, also schreibt es in die Kommentare, welches Spiel ich am zocken soll, falls ihr eine Idee habt, rein damit in die Kommentare, dankeschön, ja, dann wieder einfach zuhören, und im Hintergrund waren jetzt lustige Affen, nee, gut, wieder einfach zuhören, und dann bis denne, tschüss!